Liquiflex Sprung. Dieses System hat die Auslagerung von Rentnern zum Inhalt. Gleichzeitig werden die betriebswirtschaftlichen Risiken des Auflösungsrisikos mit der Folge von Steuerzahlungen vermieden. Auch im Todesfall bleibt das Kapital in einer steuerfreien Sphäre und steht für weitere Arbeitgeberzusagen, Variante Liquiflex Future oder Entgeltumwandlung, Variante Liquiflex Classic oder Kombinationen daraus, Variante Liquiflex Kombi zur Verfügung.